Das Hotel Senator Mabea liegt in Mabea in Costa del Sol. Das Hotel Senator Mabea ist sehr beliebt unter den Gästen, 98% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 64 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,3 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer. Mit 5,2 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr gute Bewertung von 5,1 Sonnen von 5,1 Sonnen widerspiegelt. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,1 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.